Hallo und herzlich willkommen bei der FMO Surface GmbH & Co. KG in Lemgo, Ihrem Spezialisten für Oberflächenveredelungen von Kunststofferzeugnissen. Auf insgesamt 2500 Quadratmetern Produktionsfläche bieten wir unseren Kunden deutschland- und europaweit mit innovativer Anlagentechnik und leistungsstarkem Maschinenpark diverse hochwertige Veredelungsverfahren für Kunststoffteile an. Noch vor Bedruckung sorgen unsere Roboterlackieranlagen mit sowohl einschichtigen Lacksystemen als auch Mehrschichtaufbau für individuelle Oberflächenveredelung Ihres Produktes. Auch das Beschichten von Kleinteilen in hoher Stückzahl ist für uns dank Trommellackieranlagen kein Problem. Wir lackieren Kunststoffteile genauso wie Kleinteile aus Metall und Holz. Auf dem neuesten Stand der Technik sind wir in der Lage, alle erwünschten Losgrößen mittels Lasern zu beschriften. Mit Laserbeschriftungsanlagen kennzeichnen wir Metall- und Kunststoffteile mit hochwertigen Tag-Nacht-Designs und Anlassbeschriftungen. Vertrauen Sie auf unsere jahrelange Erfahrung. Wir unterstützen Sie gerne von der Planung bis zur Erstellung Ihres Wunschprodukts. Die FMO Surface GmbH & Co. KG freut sich auf Ihren Auftrag. WDR mediagroup GmbH & Co. KG freut sich auf Ihren Auftrag. WDR mediagroup GmbH & Co. KG freut sich auf Ihren Auftrag.